So, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier sind wir stehen geblieben. Weiter geht's. Haben wir den geholt oder haben wir das geholt? Das geht jetzt gar nicht mehr. Wir gucken mal. Boah. Halten. Pizzenkörper. So. Gott, nee. Okay, da waren wir schon. Na, schlag dann nicht paar Mal zu, Mensch. Na, okay. Da waren wir dann schon. Dann machen wir mal jetzt weiter. Ja. Wir haben. Oh, Kernleistung kann man. Na, boah. Was haben wir denn? Haben wir schon die gebaut? Aufgewertet haben wir schon. Die müssen wir noch aufwarten. Okay. Weil die brauchen wir, brauche ich noch. Bitte, vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Also, ich habe es noch nicht durch. Also, ich werde es dann sagen, wenn es für mich blind wird. Das ist keine genehmigte Pause. Dies ist keine genehmigte Pause. Meines bisschen habe ich nur, äh, gelevelt. Boah. Sammelt auch noch daneben. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen, äh, den Arm mal dritten hier. Oh Gott. Der ist ja zu schnell kaputt hier. Ah. Komm. Was ist hier los? Okay, der ist wieder weg. Der hat auch so was, ähm, wie den Arm, also... Und jetzt ab damit. Ich brauche nämlich die Teile. Jetzt haben wir eine sechse. Neuner brauchen wir. Den Arm, nein. Kopf, nein. Echter Arm. Du sollst doch nicht mit dem Feuer umfallen. Das ist doch langweilig. Na? Kommt nicht. Okay. Und ab. So. So haut mein Zug, Kumpel. So. Jetzt ist natürlich weitergegangen. Oh. Waffenfertigkeit erhöht. So. Wir werden jetzt nämlich runtergehen. Ich werde den Strom einschalten. Wir waren ja schon unten gewesen. Ich werde mal den Strom einschalten und im nächsten Part... ...weil ich die Kern... ...Kernleistung noch auf 30 bringen. Und dann jetzt den Boss am Kragen. Räume. Oh, heilum. Oh. Du kommst nicht hier laufen... Dann rein in dir. rein in auf die Murmel. Immer auf die Murmel. Na komm. Gut, gut, gut. Wir leuchten beide. Mhm. Arm ab. Materialien her, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Dann haben wir nämlich unser erster Lieblings-Affen, wenn wir den Boss gekillt haben. Meine Persönlich. Jungen. Was? Eine. Kamerasteuerung hier. Wieso ist die Tür denn nicht auf hier? Achso, wir haben den Strom an die andere Seite. Stimmt ja. Ich muss dann noch einhändig muss ich noch hören machen dann. Sonst ziehen wir uns mit dem Schwertchen. Oh, die stehen ja schon. Warte mit euch los. Komm, erstes Tod. Hör doch mal auf, so viel zu schlagen, Junge. Was ist mit dir los? Hast du einen Schlag-Trieb? Wir müssen den Futsi da unten überraschen. Dafür schläf ich dir ein Bein ab. Du Rüppel. Du Rüppel. Der ist von da unten angeschissen, ne? Ah ja. Oh Mann, ist das dunkel. Du Rüppel. Seh die noch nicht mal. oh Na ja, machen wir noch mal einen rechten Arm. Ab! Brauchst du nicht mehr. Gehen wir hier noch irgendwo hin? Ähm, was Fliegendes und was Laufendes. Oder Stehendes. Der ist der Frequenz. Ähm. Äh? So. Okay. Kann man hier noch irgendwas nachgucken? Da ist die Tür. Da ist das? Ne, wir müssen da landen. Ah ja, die Tür können wir nicht öffnen. Wir brauchen erst die Genehmigung. Bist er ja bestimmt, wenn er selber zocken wird. So, jetzt sind wir hier. Okay. 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 Ich werde versuchen, die Waffen zu kriegen. Von dem Viech. Und? Die hat mich beinahe gekillt. Die hat mich beinahe gekillt. Sektor online. Sektor online. Sektor online. Achtung. Sicherheitslockdown in Kraft. Ne, da gehen wir jetzt nicht lang, weil wir jetzt erstmal... Sicherheitssysteme sind jetzt aktiv. Ja, schön für die Sicherheitssysteme. Derzeit keine Verbindung zu Kryonet. So, jetzt haben wir nämlich noch eins zum rauslassen. Einen wahnsinnigen... So, die Nachricht haben wir schon gelesen beim letzten Mal. Hier seht, wir haben nur noch eine Heilung. Warte mal, was haben wir denn? Implantate? Was? Achso. Alle zwei Sekunden. Gucken wir mal. Ob man die mit einbauen können. Denn das da noch. Ein Lebensenergie. Ah ja, guck mal. Das bauen wir denn eigentlich absolut nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Da bauen wir dann... in so eine Heilung jemanden ein. So. Oh. Oh, du Penner, Mann. Oh, Mann. Letzte Heilung, ja. Blaue X-Kabel. Muss ich den Weg zurückgehen? Da soll man... Da kann man unten und später auch mal... Ich weiß, dass es so eine Rüstung gibt. Aber so weit war ich noch nicht. So, jetzt rennen wir einfach wieder zurück. Weil wir haben ja schon alles ausgeschalten. Ich muss erstmal sortieren hier. So, jetzt ist alles an. Ich muss noch mal hin. Komm, 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 komm. Das brauche ich nicht. okay ach das sollte teiler mutters arm solltest du nicht an deinem arbeitsplatz sein mädelchen das ist mein arbeitsplatz sooo kann man aufwerten sehr schön so was ist das das findest du der unterzustand das das nehmen wir mal einmal heilung ein ein dude du 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 erstmal so so große damme auf deine kollegen sie geben acht auf dich die eine das eine implantat hier das hier das eine implantat hier das hier wenn man finder schon machen klima zehn prozent gesundheit wieder eröffnet kennt er ja jetzt gesundheit verloren mit dem finisher nicht so war dabei geloben alle umgenau hier jetzt irgendwas noch passt, ich muss da noch raus was ist doch du Pisslitsche, du verdammter Sack da steckt die Waffe noch im Boden na komm, put 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 oh so, jetzt muss ich da nicht komm ja, das müssen wir jetzt noch ein bisschen leveln oh mindestens noch fünf, dass das Schaden macht oh okay so ja das ist nur die Tür, wo wir noch da und wir haben bloß einen Weg zurück okay okay ja 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 ah haben wir noch irgendwas so wie gesagt das hier werde ich jetzt noch ein bisschen benötigst du Hilfe, Warren? nein, ich benötige keine Hilfe man sieht die Ausrüstung da macht es 18 17 Verteidigung 2 mal da haben wir 17 die Beine 2 mal dann macht es 20 und das Ding 10 und das Ding 10 so okay ba 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 dann da irgendwas zum Ausrüstung ja Waffe habe ich jetzt leider nicht von die Fuzi, von die Fuzi, von die Fuzi Frau da unten gekriegt aber nein Nummer 30 pass auf dich auf das Ding das Ding das Ding das Ding das Ding du bist ja der da das Ding Ja, jetzt dribelt er noch mal hier durch. Boah. Waren wir hier gleich den... So bleibt der stehen eigentlich. Jetzt braten wir noch mal auf den Kopf ein. Okay. So, einhändig Level 3. Hä, macht doch mal das Licht aus. Na komm. Oh, schön das Bein weg. Die Finnser sind eigentlich ganz nett. Naja, das war jetzt cool. Kilometer weit weg. Kleiner Schrottauben, ist der noch da hinten? Schrottauben noch auseinander nehmen. Okay. Benötigst du Hilfe, Waren? Ach, sorry, Mama. Schmerz. Schmerz. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und... Ihr seht da, 46 Verteidigung. Das ist Stupe 1. 30 Schaden. Und jetzt so. 49 Schaden. Wir können jetzt eben Alden einstellen führen. Und zwar ohnehin noch zu recommender. Ja und das mach ich dann noch... Stupe 10... Stufe 4... Äh, 5... ...Unleading. We liken ihr den Boss. Und ein Boss kann mir dann schon anfangen im nächsten Part Aber nicht mehr heute So Das war's für diesen Part Wir sehen uns beim nächsten Part Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag Haut rein Und tschüss